Ein neues Jahr, eine neue Immobilie. Willkommen bei der R&G, Zeit für Neues. Wir befinden uns hier in Hagen in einem wunderschönen Altbau-Mehrfamilienhaus aus dem Baujahr 1913. Wir haben insgesamt fünf Wohneinheiten. Drei dieser Wohneinheiten sind augenblicklich vermietet. Wir haben 245 Quadratmeter offizielle Wohnfläche und 95 Quadratmeter reine Nutzfläche. Und wie dieses Gebäude von innen aussieht und welche Informationen es so gibt, das zeigen wir euch im folgenden Video. Das waren die wichtigsten Daten zu dem Objekt. Wenn ihr mehr wissen wollt, meldet euch.